Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Werner, isst du gerne Fisch? Ja, aber nur vom Käpt'n Iglo. Oh, naja, immerhin, scheißegal. Dann fahren wir am besten zum Victoria Lake in Arizona, gehen eine Runde angeln und spielen im Anschluss eine Runde Crazy Ball. Deal? Ja, klingt nach einem guten Deal, bin ich dabei. Sehr schön. Sven können wir leider nicht mitnehmen. Der lässt sich entschuldigen. Und ja, Werner ist am Start, ich auch, ich bin Till. Und die Movie Cannibals haben sich zwei Leckerbissen geschnappt. Und zwar nichts, was jetzt irgendwie auf DVD, Blu-Ray, On-Demand, sonst was rauskommt. Sondern zwei ältere Filme. Und zwar einmal Piranha 3D. In den USA heißt er nur Piranha. Und Psycho Goreman. Also wir sind so ein bisschen in Richtung Fun, Splatter, Trash gegangen. Aber nicht Trash in Richtung, wir holen den letzten Müll vom Wühltisch, um den nochmal hervorzugraben. Sondern mal ein bisschen was, wo man auch ein bisschen besser drüber reden kann. Und man vielleicht ein bisschen mehr Spaß hat. Weil wir haben uns im Vorfeld kurz auch ein bisschen unterhalten. Die DTV-Sachen machen ja nicht immer unbedingt Spaß. Ja, solche Highlights, die gab es in letzter Zeit selten bis gar nicht. Und Spaß ist genau der richtige Begriff bei den Filmen von heute. Ja, das würde ich auch sagen. Aber vorweg, wie immer natürlich, was hast du Feines gesehen? Meinst du allgemein zuletzt? Ja, allgemein zuletzt, wenn du keine tollen Indie, Trash, Horror, Splatter, was auch immer, Perlen vorzuweisen hast. Hast du da was in die Richtung? Was Trash angeht, leider eher nicht. Da gab es nicht wirklich Nachschub in dem Bereich. Und ansonsten eben nur so die Standards, was aktuell im Kino so laufen. Zum Zuletzt, Alles steht Kopf 2, der großartig war. Ganz großartig. Furiosa, der leider an den Kassen untergegangen ist, obwohl er so großartig ist. Und jetzt kommen ja noch ein paar interessante Titel die nächsten Wochen und Monate. Ja, das stimmt. Ja gut, die beiden habe ich auf jeden Fall auch gesehen, ja. Was ich geschaut habe, war Jurassic Shark 2. Ach du Scheiße. Um bei den Movie Cannibals zu bleiben. Also Jurassic Shark 2, der eigentlich ein alter Film aus den 90ern ist und einfach nur neu umbenannt wurde und neu vermarktet. Also gibt es kostenlos auf YouTube. Wer Jurassic Shark 1 schon nicht schlecht genug fand, der wird vielleicht mit Jurassic Shark 2 glücklicher. Spoiler, ihr werdet es nicht. Wow, okay. Ja, sehr schön. Jurassic Shark. Ich habe tatsächlich Jurassic World 1 und 2 nochmal geguckt. Aber nur, weil meine Frau mich gebeten hat, das mal mit ihr zu gucken. Sie kannte das noch nicht. Und ich höre gerade das Hörbuch Jurassic Park bzw. Dino Park. Deswegen sind wir drauf gekommen. Aber davon ab, ich war auch relativ viel im Kino und sonst habe ich, ich habe Wishmaster nochmal geguckt. Ich kannte den schon von Wes Craven von 97. Kennst du den? Nee, ich glaube nicht so auf die Schnelle. Das ist so ein bisschen, ja der ist so ein bisschen untergegangen irgendwie in den 90ern. Also neben den Größen, so wie Scream oder so zum Beispiel, ist Wishmaster, das ist so ein Djinn, der, 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 der den erweckt, der muss drei Wünsche erfüllen. Keine Ahnung, der will halt die Welt erobern und die Hölle bricht los, bla bla bla. Der ist ganz nett. Kann man mal machen. Okay, klingt auf jeden Fall interessant. Ja, ist er auch. Und wenn es praktisch wird und es hat viele praktische Effekte, richtig Crap CGI, aber so waren Ende der 90er leider Horrorfilme. Aber die praktischen Effekte sind richtig geil. Wirklich richtig geil. Passt ja auch zu heute. Ja, definitiv. Absolut. Und Saw X habe ich geguckt. Kein Geheimtipp. Das erste Mal? Ja, ja, tatsächlich das erste Mal. Den habe ich nicht gesehen vorher. Und er ist schon ziemlich anders, weil man hat erstmal ein Krebsdrama. Überraschend gut dafür, dass es einfach nur ein Torture-Porn-Film ist eigentlich. Und dann wird es natürlich wieder völlig skurril und man braucht sich nach Logik gar nicht umgucken. Aber die Effekte, alter Falter, ey, das war schon heftig. Also da musste ich wirklich schlucken. Der hatte echt Spaß. Das mit dem Hirn und dem Oberschenkel, das war wirklich krass. Deswegen. Definitiv einer der besseren Zorteile, ne? Ja, ja. Habe ich auch gedacht. Also Nachteil 1 vielleicht, auf jeden Fall das obere Feld, würde ich auch sagen. Ja, ganz locker. Ziemlich weit oben angesiedelt. Ja, nee. Ansonsten, wie gesagt, den Rest hört ihr einfach beim Tele-Stammtisch direkt. Weil die ganzen Kinofilme, Inside Out, Bad Boys 4, was habe ich noch? Ach, weiß nicht. Ich versuche jetzt jeden Freitag ins Kino zu gehen, abends, 23 Uhr Vorstellung. Irgendwie die Leidenschaft, das Hobby noch mit unterzubekommen, jetzt mit zwei Kids zu Hause. Klappt ganz gut bis jetzt, weil da pennen alle. Dann toi, 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 dass es weiter gut klappt. Ja, ich hoffe. So, ja, das war's, glaube ich. Also, wie lange haben wir nicht mehr aufgenommen? Ein bisschen über einen Monat, glaube ich. Ja, locker, guten Monat, ja. Ja, ne? Ich sehe nämlich gerade noch, ich habe gerade Letterboxd auf bei mir, ich habe die You On-Reihe angefangen. Ich habe so eine geile Box von Arrow aus dem UK und es gibt ja vor You On The Grudge, der so der bekannteste ist, noch You On The Curse 1 und 2. Hast du die mal gesehen oder davon gehört? Nee, absolut gar nicht. Okay, kann man auch mal machen. Den The Curse, You On The Curse, der ist echt ganz cool, super low budget und bei You On The Curse 2 hast du halt original die erste halbe Stunde nochmal die letzte halbe Stunde von Teil 1. So, das ist halt ein bisschen frech. Okay, ein bisschen so Recycling, ne? Total, das sagt der Regisseur am Anfang auch. Ich habe das mit Regisseur Intro geguckt, das war ein bisschen komisch. Ja, das sind so die Sachen, ein bisschen J-Horror nochmal mir gegeben, das war auch ganz cool. Ich habe ja doch relativ viel, es war relativ viel bei mir. Ja, solange man gut unterhalten wird. Meistens ja, genau. Also das Schlimmste war einfach Jurassic World Fallen Kingdom, den kannte ich ja schon, aber den hasse ich ja. Ja, zu Recht. Ja, ja, aus Liebe zu meiner Frau, Grüße gehen raus, aber ansonsten war alles solide bis sehr, sehr gut, ja. So hat jeder sein Leid. Ich musste wegen meiner Freundin heute Fußball gucken. Ja, immerhin so. Was ist das kleinere Übel? Jurassic World? Oh, da würde ich tatsächlich Fußball sagen, wenn ich ehrlich bin, zumindest jetzt Deutschland und EM und so, ja. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Spitzenüberleitung und zwar hat Deutschland gewonnen und das feiern wir alle. Und wer feiern will, fährt auch gerne an den Victoria Lake nach Arizona, wenn Spring Break ist. Überragende Überleitung, wie man sie kennt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Piranha 3D. Ich meine, es ist eine gute Überleitung, weil nach dem Alkohol, nach dem Feiern braucht man morgens einen guten Fisch zum Kater. Ja, absolut. Stimmt. Perfekt. So lassen wir es. Das Niveau können wir, werden wir nie mehr erreichen wahrscheinlich. Du hast es zerstört. Ja, Piranha 3D, der kam 2010 raus und ist von Alexandre Aja, den zumindest Horror-Kenner, der sollte ein Begriff sein, vor allem wegen seinem Hit damals 2003, High Tension. Hast du geguckt? Nee, aber sehr viel davon gehört. Oh ja. Und ich habe auch das Mediabook ständig, also so auf der Watchlist, so nach dem Motto, wann gibt es das mal irgendwo günstig zum Greifen, ich will den Film nachholen. Ja, ja, unbedingt. Der kam ja jetzt uncut bei uns in Deutschland raus. Und ist der vergriffen komplett? Weil der kam relativ... Nö, der wird noch ganz so gut verteuert. Den gibt es noch zu kaufen. Ja, ja. Also der ist wirklich sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, The Hills Have Ice, das Remake. Eines der besseren Horror-Remakes, die es so gibt. Nehmen zum Beispiel Evil Dead, hat der gemacht. Hast du den gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Den hat der gemacht und dann halt noch Crawl, den fand ich ganz okay, so ein Krokodil-Creature-Feature-Horror-Film. Den fand ich wiederum richtig gut. Der hat mir so richtig gut gefallen damals. Ja, mir auch. Passt ja auch zum Film heute, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, da bleibt er seinen Tieren zumindest treu. Wobei Crawl sich hier deutlich ernster nimmt, wenn man ehrlich ist. Das schon. Und Mirrors zum Beispiel. Also der hat nicht viele Filme gemacht. Das sind, keine Ahnung, zehn, zwölf Stück. Aber der hat ein Händchen für Horror und Splatter. Definitiv. Worum geht's? Piranha 3D. Er ist, ja, es ist, wie gesagt, es ist ein Fun-Splatter. Also wir bewegen uns ja jetzt nicht auf weißer Hai-Niveau, sondern auf dem Niveau, das einfach Spring Break ist. Und natürlich ist vorher an dem See ein Erdbeben, ein großes. Und dadurch eröffnet sich ein zweiter Unterwasser-See. Und natürlich sind da alte Piranhas. Also es kann nicht anders sein als das. Und dann ist halt die Überlegung, Spring Break, ja, Spring Break, nein. Aber das ist ja so wichtig für die Stadt. Ja, und dann geht Spring Break los. Und die Hölle bricht los. Das ist im Endeffekt der Film. Wir haben natürlich den Hauptcharakter. Warum steht der hier nicht? Das ist ja äußerst unangenehm. Wie heißt der Hauptcharakter? Ist ja auch egal. Komm. Welchen meinte er? Den Adam Scott? Den Hauptcharaktersteller, ja, genau. Der kommt irgendwie durch einen Zufall an so einen freizügigen, fast schon Pornodreh, der natürlich auf diesem See gedreht wird. Und damit hat man alles gesagt. Er ist extrem, extrem freizügig. Er ist extrem, extrem sexistisch. Muss man jetzt. Das sage ich einfach schon mal vorweg. Wer damit gar nichts anfangen kann, der würde vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so krass gedreht werden. Ja, wer damit nichts anfangen kann, am besten gleich Finger von lassen. Der geht anderthalb Stunden, ist hier bei uns ab 18 und hat Jerry O'Connell. Das ist wahrscheinlich mit der bekannteste, wenn man die Cameos auslässt. Ich meine, Eli Roth ist noch dabei als kleiner, als kleiner Seitencharakter. Dann haben wir Richard Dreyfuss. Den kennt man auch recht gut. Welchen? Ja, ja, natürlich. Den Wing Rains, genau. Der Cop, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, den habe ich ganz vergessen. Und dann hat man so einen Richard Dreyfuss dabei als Cameo. Der war nur zwei Tage am Set von Der Weiße Hai. Und Christopher Lloyd aus Zurück in die Zukunft. Ist dir noch irgendein Cameo aufgefallen? In dem Teil nicht. Aber im Nachfolger, da hat man ja einen. Aber da kommen wir später zu. Ja, ja, genau. Piranha 3 Doppel D. Ja, der Film. Hattest du den vorher schon gesehen? Ja, es ist sehr, sehr lange her gewesen. Aber ich habe ihn damals gesehen, habe ihn auch in mehreren Ausführungen bei mir in der Sammlung. Als Steelbook, als Mediabook. Also Piranha 3 D war, beziehungsweise ist auch heute noch eine absolute Trashperle und ein Diamant, was sein Genre angeht und bedient eben genau das, was man von so einer Art Film erwartet. Ja, das stimmt. Also ich war tatsächlich im Kino damals, auch in 3D. Das war ganz cool. Ich habe den tatsächlich nicht in der Sammlung. Aber das war so, mein bester Kumpel damals ist nach Australien. Und dann wollten wir nochmal einmal ins Kino gehen vorher. Und dann lief Piranha 3 D. Und ich habe es nicht bereut, wenn ich ehrlich bin. Und es ist ja so, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht so ein bisschen als Soft-Remake betiteln. Weil es gibt ja Piranha von Joe Dante und Piranha 2 von Cameron, die keine Zeit hatten für die, für Cameos. Tatsächlich, die waren beschäftigt. Aber ja, ich würde es eher so als Soft-Remake betiteln. Der steht, also der steht ganz klar für sich alleine und muss nicht wirklich, nicht wirklich als Remake betitelt werden, wenn man es, wenn man es, wenn man es sieht. Ja, sehe ich genau so. Also die Filme kannst du komplett unabhängig voneinander betrachten. Und nur weil es eben Piranhas in der Hauptrolle sind, muss man da, wie du sagst, nicht unbedingt jetzt von einem Soft-Reboot sprechen. Und dann kann man direkt so für sich sehen. Ja, das denke ich auch. Als du den das erste Mal gesehen hast, kannst du dich noch daran erinnern, was du erwartet hast? Weil ich wusste tatsächlich überhaupt nicht. Wir haben uns einfach den rausgepickt, der, das war auch so eine 23-Uhr-Vorstellung damals, der einfach nur zur Verfügung stand. Und haben uns den angeguckt, ohne groß zuvor nachzudenken. Aber bist du irgendwie mit Erwartungen rangegangen, weil du Bock hattest auf so einen Fun-Splatter? Oder bist du auch einfach blind rein? Ich hatte Bock auf einen Fun-Splatter, weil zur damaligen Zeit, da war ich noch nicht so im Game drin, was News angeht und dieses ganze Behind-the-Scenes. Ich habe einfach nur Piranha und Gutes gelesen und dachte mir, ja, also Piranhas, bisschen Blut, gute Unterhaltung, gibst du dir. Und dann hat dieser Film halt eben mehr als einfach nur Blut und Piranhas, weil er eben die Genre-Standards mehr als nur erfüllt. Und das ist man nicht gewohnt. Das stimmt, das stimmt. Die Story ist ungefähr so flach wie das Wasser, in dem die halbnackten Menschen rumtanzen. Da ist wirklich das, was ich gerade gesagt habe, man muss sich schon echt was aus den Fingern saugen, um da noch mehr rauszukitzeln. Weil die Story ist einfach nur der Aufhänger, dass es schnell losgeht, dass viel geschnetzelt wird von den Piranhas. Und sie funktioniert. Mehr muss sie in dem Sinne auch gar nicht. Die Story existiert, sie funktioniert und damit ist ihr Soll in diesem Film schon erledigt. Naja, eben richtig. Und mehr braucht da auch nicht zu passieren. Ja, apropos Schnetzeln. Der Gewaltgrat, wie hat dir der geschmeckt? So richtig lecker war dieser Gewaltgrat. Also man nimmt hier ja kein Blatt vor die Kamera und zeigt halt eben von vorne bis hinten so gut wie alles, auch was den Intimbereich angeht. Da sieht man 59 Prozent der weiblichen Körper. Und wenn es dann halt mal eben blutig statt erotisch wird, dann hält man da doppelt drauf und zeigt nicht nur 99, sondern eher 110 Prozent. Und das teilweise auf richtig kreative Art. Sowohl die Art der Gewalt als auch die Art der Inszenierung, wie das gezeigt wird. Das ist teilweise richtig, ja, sehr unterhaltsam, richtig lustig. Ja, das stimmt. Das fand ich auch. Also ich war, also ich habe den wirklich auch lange, lange nicht mehr gesehen. Und als wir überlegt hatten, welche beiden Filme wir uns aussuchen, ich weiß nicht warum, aber als du Psycho Gorman vorgeschlagen hast, kam mir direkt Piranha 3D in den Sinn, obwohl ich den wirklich ewig nicht mehr geguckt habe. Und ich war überrascht, wie heftig der doch teilweise ist. Also was heißt teilweise? Fast durchgehend, wenn es tatsächlich zum Gesplatter kommt. Und die Effekte sehen einfach wirklich geil aus. Also abgesehen vom CGI, viel was unter Wasser ist, in so schnellen, hektischen Kameraaufnahmen. Das ist richtig crap. Also es sieht richtig scheiße aus. Aber alles, was wirklich handgemacht ist und über Wasser ist, das lässt sich sehen. Vor allem in der Highlight-Szene, wenn die Piranhas zu den Feiernden kommen. Das ist wirklich Hammer. Ja, also ich weiß nicht, wieso Filme von damals besser aussehen als Filme von heute. Gerade in diesem Creature-Feature-Bereich ist das ja leider der Fall. Mir ging es genau wie dir. Ich habe mir den Film jetzt auch nochmal angeschaut für unsere Besprechung. Und auch ich, obwohl ich ihn in guter Erinnerung hatte, habe ganz vergessen, wie genial der eigentlich ist, wie viel Spaß der macht. Und ich habe es bereut, ihn mir alleine angeschaut zu haben und nicht mit passender Gesellschaft, weil gerade zusammen macht er sicherlich noch mehr Laune. Ja, definitiv. Ja gut, CGI, hat dich das rausgehauen? Also ich finde, um meine Antwort gleich vorwegzunehmen, ich kann es in diesem Film verkraften, weil er halt so viel Mehrwert hat. Im Gegensatz zu leider auch vielen High-Filmen, wo leider ganz, ganz, ganz viel CGI ist und auch die Haie oft kacke aussehen. Crawl zum Beispiel sah auch cool aus, größtenteils. Was sagst du zum CGI? Kann man das verknusen? Ich finde es absolut mehr als zweckmäßig. Also wenn man bedenkt, dass es hier halt eben um tausende, über tausende Piranhas geht, dann ist diese Menge da richtig gut dargestellt. Also klar, es ist jetzt bei weitem nicht fotorealistisch und High-Quality. Aber ich finde, für das, was dieser Film ist und was er sein soll und was er sein will, ist das CGI auf einem richtig, richtig guten Niveau. Ja, von den Fischen her ja. Von den Fischen her ja. Das ist nur so, diese Szene unter Wasser, wenn da mal jemand, auch ganz am Anfang dieser Fischer, das sind halt so Sachen. Aber das hat mich auch nicht weiter gestört, weil ich gehofft habe und wusste, was noch kommt. Und was mir aufgefallen ist, aber aufgrund dessen, dass es halt nun mal ein Film ist, bei dem es vielleicht auch nicht ganz so wichtig ist, die Schauspieler haben halt auch, so wie du es beim CGI genannt hast, gesagt hast, das war zweckmäßig. Also es war manchmal drüber und das war cool, aber auch da ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das ist eigentlich völlig, das holt mich total, nee, wie heißt das? Das zieht mich total runter. Verdammt nochmal. Das reicht, oder? Es reißt eigentlich auch ein Geschehen raus. Danke, es reißt rausreißen. Verflucht, das Wort habe ich gesucht. Vielen Dank. Die Schauspieler, die machen einen guten Job für das, was man ihnen halt eben vorgibt. Wir haben ja gesagt, die Geschichte selber ist jetzt nicht unbedingt sonderlich tiefgründig und dementsprechend gibt es ja auch nichts, womit sie ihre Charaktere großartig gestalten können. Aber sie tun ihr Bestmögliches und das reicht hier vollkommen aus, denn die Highlights sind ja sowieso die Piranhas, die Gewalt, das Blut und sie sind dann in dem Sinne nur Beiwerk, aber in dem Fall ein gutes Beiwerk. Ja, definitiv. Und das große Massaker, das wir sehen, das hat tatsächlich, ich habe ein bisschen nachgeguckt mal bei dem Film, das hat neun Tage gedauert, das zu drehen. Es wurden 1112 Boote insgesamt zerstört bei dem Dreh des Massakers. Das ist richtig krass und das zeigt auch wieder, dass die halt auch Wert darauf gelegt haben, dass zerstört wird und dass man das nicht später am Computer macht, weil das ist, also 1112 Boote ist ne richtig krasse Anzahl. Das ist wirklich heftig. Das geht ja schon Richtung Christopher Nolan. Ja, absolut. Das ist Piranha 3D, Alexandra Ajar ist der Nolan der Piranha Filme wahrscheinlich. Und was den Film auch noch auszeichnet, ist das Kunstblut, das geflossen ist. Das sind ungefähr 360.000 Liter und das sind, also es gibt immer so ein bisschen verschiedene Listen im Internet, aber das holt den auf jeden Fall in die Top 3 bis Top 5 der höchsten Anzahl an Litern Kunstblut. Und zusammen mit, ja, Braindead ist nicht mehr in den Top 3. Evil Dead, oder? Lass mich raten, Evil Dead? Evil Dead, genau, mit dem ganzen Regen und so. Und dann, es wird immer noch gemunkelt, Kevin in the Woods, der hat ja am Ende auch extrem viel Blut in diesen ganzen Kästen und da kommt dieser Schwall so ein bisschen Shining mäßig. Da ist man sich nicht ganz so sicher. Es wird bis zu 800.000 Liter gesagt, finde ich ganz schön krass. Auf jeden Fall ist Piranha 3D dort zumindest ein Treppchen, ein Treppchenkandidat. Das finde ich ganz cool. Ja, das sind auch mal interessante Fakten. Ja, definitiv. Es gibt da so ein paar lustige Sachen. Was heißt lustige Sachen? Interessante Sachen. Weil es gibt, da bricht der Film so ein bisschen mit seiner Ästhetik, wenn man sie so nennen kann, und bringt eine ästhetische Szene rein. Weil diese zwei Frauen, die hauptsächlich gefilmt werden von diesem Pornoregisseur, die haben eine Unterwasserszene, da machen sie so eine richtige Choreo. Das ist total schön gefilmt. Die Lichtausstattung ist toll und die Choreo ist toll. Da ist überhaupt nichts irgendwie obszön oder sonst was. Das war so ein krasser Break in dem Film. Ein bisschen schon, ja. Also da hat man dann für einen Moment eine ganz andere Stimmung. Da geht es dann nicht irgendwie um dumme Charaktere oder Blut oder Gewalt, sondern einfach nur diese schönen Unterwasseraufnahmen. Und schön halt eben nicht nur wegen den Mädels, sondern eben, wie du gesagt hast, das, was man drumherum alles beachtet hat. Das ist eine richtig schöne Szene zur Abwechslung, bis halt eben dann die P dran erst kommen. Ja, ja. Oder bis kurz bevor die Szene zu Ende ist, einer der Leute oben im Boot, der Regisseur, glaube ich, sagt, so und jetzt noch mit dem Arsch an die Glasscheibe. Und dann ist es auch wieder vorbei. Und der Film ist wieder der Film, den wir auch vor dieser Choreo haben. Ja, aber wo wir jetzt gerade noch bei den Frauen sind, muss man ja wirklich sagen, was das angeht, da schlägt der Film ja so richtig rein. Also wie viel der zeigt, nicht nur wie viel an Details, sondern wie viele Frauen eben noch. Das ist heftig. Ich meine, das, was dieser Film an hübsche Damen zeigt, das reicht für ein ganzes Jahr, wenn man heutige Standards nimmt. Ja, das stimmt. Damit könnte man fünf Slasher füllen. Tatsächlich. Das ist, ja, wie gesagt, hatte ich am Anfang ja schon mal gesagt, wer darauf keinen Bock hat. Ja, das ist halt, es ist halt diese Art von Film, wo halt noch ganz klar das typische Horror-Splatter-Ding rauskommt, dass es, dass ganz, ganz viele nackte Frauen zu sehen sind. Weil unter dem Deckmantel des Spring Breaks, ne, Spring Break ist, kennt man aus Film und Fernsehen, da passiert, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie bei Hangover. Aber so ein bisschen, was bei Spring Break passiert, bleibt da. Es, ich hab mich, ich hab mich nicht gestört. Ich bin auch keine Frau, aber ich hab mich nicht dran gestört. Ja, das ist dann wieder die andere Frage, ne, wie man das dann von der Seite betrachtet. Aber, ne, das, es ist halt einfach Eye-Candy der anderen Art. Und man kann ja offen und ehrlich zugeben, wenn jemand hübsches oder auch nicht. Also ich meine, die auch in einer Beziehung. Und, ähm, also von dem her, da sind hübsche Mädels dabei. Und da kann man nichts gegen sagen. Also wer was anderes behauptet, sorry. Ja, der kann sich zumindest einer Gewalt erfreuen. Genau, es ist für jeden was dabei. Richtig, das denke ich auch. Ja, Piranha 3D. Gibt es zu diesem schönen, schönen Filmchen noch schöne Sachen von dir zu nennen? Ich finde halt eben, der Film hat auch ein gutes Pacing, ne. Also es ist nicht so, dass, äh, 30 Minuten lang nichts passiert und dann sind wir beim Finale, sondern da wird dem Zuschauer immer mal wieder was, äh, irgendwas gezeigt, was ihn bei Laune hält, was ihn mal eben unterhält. Und so wird einem halt eben nicht langweilig. Also der Film weiß, wie man Lücken füllt. Ja, definitiv. Dann, bevor wir jetzt zu unserem nächsten Film kommen, hast du, ja hast du, weiß ich ja, Piranha 3D geguckt? Ja, aber nur einmal und da kann ich mich nicht mehr an viele Details erinnern, aber an David Hasselhoff, den vergisst man nicht. Ja, danke. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, dann hast du definitiv David Hasselhoff noch in Erinnerung. Ich hab den auch nur einmal gesehen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, also ich, dass der nicht so gut ist wie der erste Teil. Mhm. Und, ah, der Regisseur John Gulager, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der hat auch nicht unbedingt gute Filme vorzuweisen. Feast 1 bis 3, Children of the Corn von 2018, das x-te Remake, beziehungsweise die x-te Fortsetzung und Children of the Corn-Vorsetzungen braucht man eigentlich nicht. Und ansonsten ist der... Nee, also Piranha 3D Doppel-D hat außer David Hasselhoff und den Piranhas nicht wirklich was zu bieten. Ich meine, klar, du hast auch nochmal den, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, glaub schon, den Polizisten vom ersten Teil, wo du vorhin nicht wusstest, der ist ja hier wieder mit dabei. Bing Rammes. Ja, genau, richtig. Und der Film hat, also Piranha 2 hat auch so seinen Charme, weil der nochmal so richtig einen drauf legt, ne? Also da sind die Baby-Piranhas, die durch die Rohre in Badewannen gehen. Ja, ja, stimmt, da ist es in dem Badeland drüber. Ja, und so weit ich weiß, sind die, glaub ich, die machen so eine Entwicklung durch und ich meine den wachsen Beine oder Flügel oder sowas. Ich, da kann ich mich noch dran erinnern, also das war wirklich, ich glaub, das war, war das die Endszene, ich weiß es nicht mehr. Egal, den Film brauchen wir jetzt nicht besprechen. Er existiert, mehr müssen die Zuschauer nicht wissen. Ja, 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 genau. Was nicht existiert, ist ein richtiger Nachfolger. Das ist dann so mein letzter Punkt bezüglich Piranha. Ich find's einfach schade, dass in der Richtung nichts weiter kommt. Also Piranhas wäre mal etwas Cooles, was man jetzt heutzutage mal wieder rausbringen könnte in irgendeiner Form. Piranhas sind viel zu unterbewertet, underrated, underused. Ich würde gerne mehr von Piranhas sehen, egal in welcher Form. Hollywood, sag mal zu. Ja, eigentlich schon. Ich meine, Haie werden natürlich gemolken bis zum Gehtnichtmehr. Krokodile ab und zu mal, so eine Crawl und dann gab es diesen, wo das Krokodil in so einem leeren Pool ist mit so einem Typen, der da auch drin ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Der Pool hat Leute in der Haus. Ja, okay. Und wenn du Lake Placid und so, also Krokodile gibt's ja einige. Crackadile gab's letztes Jahr. Zusammen mit dem Kokainbär braucht man einen Crackadile. Ach, Crackadile, geil. Ja, natürlich. Asylum oder sowas, was? Sowas in die Richtung. Die Richtung auf jeden Fall. Sehr schön, alles klar. Ja, Piranha-Filme. Wir machen uns stark für Piranha-Filme und machen uns jetzt stark für Crazyball, würde ich sagen. Weil das ist auf jeden Fall etwas, das Völkerball ablösen sollte in der Schule. Und? Wobei ich nicht genau weiß, wir sprechen jetzt über Psycho-Gorman, wie Crazyball genau funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ja, da geht's mir ehrlich gesagt genauso. Also, don't judge me. Ich hatte damit nie so richtig viel am Hut. Aber wenn ich mit dem Spiel, so wie im Film, ein Monster kontrollieren könnte, dann hätte ich in der Schule aufgepasst. Definitiv. Definitiv. Ja, Psycho-Gorman. Das ist dasselbe Feld. Das ist auch Fun-Splatter. Definitiv. Ein ganz, ganz toller, tolle Hommage an, ja, an richtig, an Power-Ranger-Splatter im Endeffekt. Also schöne, tolle, alte Kostüme, gepaart mit Power-Ranger. Geht eine Stunde 35 und bevor du erzählst, worum es geht, schieße ich noch einmal ganz kurz zum Regisseur Steven Konstansky, der einfach A, geile Arbeit abgeliefert hat, B, Leprechaun Returns gemacht hat, den ich tatsächlich, ach, das ist der fünfte, das sechste Teil der Leprechaun-Reihe. Hast du mit Leprechaun irgendwie mal Kontakt gehabt? Nee, nicht mal von gehört. Okay, Leprechaun, das sind diese, das ist dieser kleine, diese kleinen irischen Kobolde. Ähm, und da gibt es sechs Teile plus zwei in so einem, in so einem Ghetto, das sind solche, solche, nochmal solche Spin-Offs. Ähm, ich hab die Box zu Hause, ich hab alle sechs geguckt. Ähm, das ist von unfassbarer Scheiß bis amüsant ist alles dabei. Und den, den der Steven Konstansky gemacht hat, ähm, den find ich tatsächlich ganz gut. Der hat mir ganz gut gefallen. Ist vielleicht auch was, was man hier mal ansprechen könnte für spätere Folgen, muss ich mir mal überlegen. Und The Void. Hast du The Void geguckt? Einmal, aber das ist auch schon ewig, ja, damals. Genau, auch vom Regisseur, der sah auch ganz cool aus, auch so Body-Horror-mäßig ein bisschen, den fand ich auch recht schick. Ja, soviel zu dem Regisseur. Was er, was er ja gemacht hat, so dieses, äh, 23 Ways to Die, ist auch etwas, was ja ein bisschen weiter verbreitet ist, ne? Ja, das hab ich tatsächlich nicht, das hab ich nicht geguckt. Naja, also, ich hab ihn auch nur einmal gesehen, aber das ist so ein Titel, der halt aufgrund seines Covers mir immer wieder auffällt. Und dann, ah ja, stimmt, das ist der, ah ja, stimmt, das war der. Ah, okay. Davon gibt's, glaub ich, auch. Ja, ja, da muss ich mir das Cover nochmal später mal angucken. Ja, Psycho Gorman, ähm, der lief, glaub ich, auf so ein Fantasy-Filmfest, ist das richtig? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Ne, Fantasy-Filmfest, da bin ich raus. Naja, ja, ich bin ja auch leider zu weit weg, ich kann da auch nicht, also vielleicht mal für einen Tag oder so hin nach Hamburg. Und der hat auf jeden Fall richtig Wellen geschlagen, das weiß ich noch. Der wurde, als er rauskam bei uns, richtig gehypt in den Horrorkreisen. Worum geht's, bevor wir jetzt voll rein starten? Es geht um die jungen Geschwister Mimi und Luke, die ganz entspannt draußen ein bisschen Ball spielen und dabei dann zufällig etwas im Boden entdecken, einen Kristall, einen Edelstein. Und dann taucht plötzlich ein böses Monster auf, das sie damit dann zufällig kontrollieren können und haufenweise Unfug damit machen, gegen den Willen von dem Monster. Denn dieses Monster ist eigentlich böse und wird gegen seinen Willen dann Psycho Gorman genannt, PG. Aber dieser Spaß ist dann leider nur vorübergehend, denn dieses Monster hat eine böse Geschichte und wird dann eben heimgesucht von den Leuten, die ihn damals versteckt haben. Und dann wird das blutig. Ja, das kann man so sagen. Wie bist du auf den Film gekommen? Über einen Freund von mir. Ja, der hat mir den Film damals, der hat ihn einfach mal so vorgeschlagen für einen Filmabend und ich dachte mir, ja, wieso nicht, Psycho Gorman, cooler Name, cooles Design, was haben wir zu verlieren? Wir haben schon so viel Schlechtes gesehen, da sind wir abgehärtet und ja, dann fängt dieser Film an und ich denke mir nur, okay, da bin ich voll dabei. Ja, das war bei mir, also ich habe auch vorher einfach ganz viel Lobeshymnen gehört und alleine der Name reicht schon, dass ich ihn mir angeguckt hätte, weil Psycho Gorman, alles an diesem Namen spricht mich an. Und wenn man sich dann auch noch anguckt, was weiß ich, ein Trailer oder was auch immer, wie das aussieht, dass es wirklich alles handgemachte Kostüme sind, das ist absolute Knaller. Also das hat mich wirklich, schon der Trailer hat mich richtig, also ich hatte einen Trailer vorher gesehen, richtig, richtig heiß gemacht auf diesen Film. Bei mir war das ein Cover, was mich dann so heiß gemacht hat, also wenn man sich da mal Blu-Ray oder DVD-Cover anschaut, denkt man, das sieht eigentlich eher total nach abgespacedem Science-Fiction aus, obwohl es ja eher so Fantasy, Magie, Monster sein soll, hat es mich eher an Science-Fiction erinnert. Ja, es ist, ja, es ist so irgendwie so Dark-Fantasy gepaart mit Splatter-Humor, also der muss Power Rangers-Fan gewesen sein und Fan von den alten, von so 90er und 80er Trash-Filmen, der Typ. Auch vom Soundtrack, da gibt es nur Fähne, da hört man ganz kurz so leicht Power Rangers, ne? Echt? Oder Power Rangers-Vibes zumindest, also ich muss da sofort an Power Rangers denken. Ja, ja, absolut. Richtig schön. Also hast du auch, dann kann ich mir die Frage sparen, was du erwartet hast, weil du hast einfach nichts erwartet, den Namen gefeiert, das Cover gefeiert und gehofft, dass es gut wird, ja? Genau, ich wollte einfach nur einen Psycho-Gorman sehen, der sein Ding durchzieht und dabei wollte ich ein bisschen unterhalten werden und wurde mehr als nur positiv überrascht. Also der Film hat mich durch meine bodenständige Erwartungen nicht nur positiv überrascht, sondern sogar leicht ein bisschen umgehauen, also ich war instant ein Fan. Ja, so ging es mir auch. Einmal so die, am Anfang die Erzählung, wer ist eigentlich, wer ist eigentlich dieser Psycho-Gorman und der kommt ja vom Planeten Gygax und da habe ich tatsächlich rausgefunden, das ist eine Referenz an Dungeons & Dragons, weil der, einer der Erfinder, E. Gary Gygax, also nicht mit I, sondern mit Y, ja, hat halt den Nachnamen, der jetzt, an den der Planet sich anlehnt, das finde ich schon mal ganz cool, also der, der Steven Konstansky und seine Crew sind einfach Fans, Fantasy, einen ganzen geilen Nerd-Scheiß, um das einfach mal so auszudrücken und das merkt man mit wirklich, mit jeder Sekunde in diesem Film. Genau, die haben sich richtig ausgetobt, die hatten ihren Spaß beim Design, beim Umsetzen, also man merkt diesem Film wirklich an, wie viele Nerds da dran gewerkelt haben und mit wie viel Liebe sie das getan haben. Ja, ja, und das ist halt einfach voll gut und dann, es gibt, also ich würde jetzt, hätte jetzt fast gesagt, dann kann man auch einiges verzeihen, aber es gibt nichts, was man verzeihen muss, so keine Ahnung, hier Piranha 3D, CGI zum Beispiel, das schlechte CGI, es gibt da quasi kein CGI oder sonst irgendwelche dämlichen Sprüche, die wir jetzt bei Piranha hatten, die wirklich alle platt waren, wo man mal die Augen verdrehen kann, aber hier, da sitzt irgendwie alles, weil der Vater ist ein Depp, der macht dumme Sprüche und die Kleine, gespielt von Nita, Josie, Hanna, ihre allererste Rolle, die ist der Hammer, wirklich, die labert ja nur Mist und will ja nur ärgern und hat's faustdick hinter den Ohren. Es gibt gar nichts, was man verzeihen müsste, oder sehe ich das falsch? Bin ich ganz deiner Meinung, dieser Film macht in dem Sinne, genau wie Piranha 3D auf seine Art, macht auf PG, Psycho Gorman, alles richtig für das, was er sein will und ich hab das einfach von vorne bis hinten gefeiert, gerade dieses kreative Design, was man hier an den Tag legt, ne, zum einen natürlich der Psycho Gorman selber, das Design von ihm, das ist absolut genial gemacht mit diesen, ja, auch Farben, ne, mit dem Lila und dem Leuchten und dann sind da noch andere Figuren drin, wo ich mir denke, ja man, genau so ein Trash will ich doch sehen, wenn ich mir einen Film wie den reinlege und das hat mich einfach nur strahlen lassen, dieser Film. Ja, die finden dann diesen Kristall, wer den besitzt, kann Psycho Gorman kontrollieren und das gefällt allerdings dem intergalaktischen Rat, nenne ich ihn jetzt mal, so überhaupt nicht, weil die Gefahr natürlich da ist, dass Psycho Gorman alles zerstört. Und alleine die Tafelrunde da quasi, was wir da zu sehen bekommen, Echsenmenschen, Gehirn in Gläsern, dann haben wir tatsächlich, ja, so ein Robomönch, keine Ahnung, diese Anführerin da, was auch immer sie darstellen sollte oder Kleriker, also das ist wirklich diese, und hier der, wer mir auch sehr gut gefallen hat, ich weiß gar nicht, ob er dabei saß, Nee, das war ein anderer, dieser Eimer voll mit Gedärmen und Köpfen, der Blut schießt, also wirklich der absolute Knaller, wie alleine darauf zu kommen, dass man, das waren glaube ich irgendwelches, irgendwas in Richtung Space Piraten oder Anhänger vom Gorman, auf jeden Fall alleine darauf zu kommen, einen Riesenkübel zu nehmen und den mit, ja, Gedärmen und, 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 und abgestrennten Gliedmaßen zu füllen, der dann auch noch Blut schießt, einfach nur phänomenal. Also, Und dabei nicht einmal schaden, also diese, ja, genau, das kommt noch dazu, dass da so ein richtiger Lappen ist eigentlich und nichts macht, einfach richtig, richtig, richtig cool, das Design. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, ja, schieß los. Nee, alles gut, sag noch was zu dem, zu dem Design, weil ich wollte zu dem Mädchen übergehen. Ja, bei dem Design, da haben vor allem halt eben die Gehirne irgendwie hervorgestochen, das ist halt eben so ein total Nerd-Style-Gehirn, was man da zu sehen bekommt, in verschiedener Ausführungen sogar, wo ich mir denke, das ist der feuchte Traum eines Science-Fiction-Nerds. Ja, genau, vor allem einmal das, von diesem intergalaktischen Rad, dieses, dieses Hirn und dann dieser verzauberte Junge, ne, der einfach irgendwann keinen Bock mehr hat und einfach abhaut. Also, es ist so lustig, es ist so, so lustig. Wie gesagt, dieses Mädchen oder dieses Geschwisterpaar, dieses Mädchen finde ich großartig. Also, ich habe jetzt ab und zu mal gelesen, dass manche, die super nervig finden, aber ich finde, dadurch, dass sie so ist, wie sie ist, ist sie die perfekte Kandidatin, um Psycho Gorman zu kontrollieren. Weil, der macht nicht nur, der muss nicht nur Böses machen, sondern der muss halt auch mit denen in einer Band spielen und Schlagzeug spielen und, oder kriegt einfach gesagt, ja, pass auf, du bleibst hier bis morgen sitzen und dann kommen wir wieder. Das ist der Knaller, wirklich. Ja, das passt halt eben deswegen so perfekt, weil, stell dir das mal vor, das wäre irgendwie so ein liebes, ruhiges, braves Mädchen gewesen, was Psycho Gorman da so kontrolliert. Und da wäre die Dynamik nicht so genial, wie sie jetzt eben ist. Du hast ja dieses kleine Mädchen, was denkt, sie ist es, obwohl sie es eigentlich nicht ist. Und dann hat sie eben den Psycho Gorman, der trotzdem auf sie hören muss. Und das ist einfach lustig. Ja, ganz genau. Das ist wirklich, die hat auch wirklich, die hat auch schon so einen frechen Blick drauf und feiert sich halt einfach ultra. Sie ist so leicht sadistisch auch ein bisschen veranlagt, in manchen Szenen. Total, ja. Da denkst du dir, oh, das ist die Tochter des Teufels. Ja, ja, sie ist definitiv die Tochter des Teufels. Auch wenn ihr Vater, und der auch sehr lustig ist, weil er ist so ein richtiger Hänger irgendwie und kriegt einerseits nicht auf die Reihe, feiert aber irgendwie seine Kinder, auch wenn die Scheiße machen. Und die Mutter, die ist so ein bisschen so die Spießige vorerst, bis sie hinten raus, naja, ich sag mal, ihren Power Ranger rausholen kann. Und das ist eine schöne Konstellation. Die Eltern harmonieren gut miteinander, weil sie völlig gegensätzlich sind und auch das Geschwisterpaar. Sehr, 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 sehr schön. Ja, da stimmt einfach alles. Gerade wenn man eben an die 90er zurück, denn eben mit Power Rangers, wie du es gesagt hast und allem drumherum. Das ergibt einfach ein unglaublich stimmiges Gesamtbild. Da geht alles Hand in Hand. Ja, das macht wirklich Spaß. Und apropos Spaß. So, wir sind natürlich dennoch im Splatter. Eine ganz andere Art als jetzt vorher Piranha. Was sagst du zu der Gewalt hier in dem Film? Hier geht, glaube ich, ein bisschen so das Motto Qualität über Quantität. Man hat jetzt hier nicht so viel Gewalt wie in Piranha, um bei dem Vergleich zu bleiben. Aber dafür hat man dann eben ein paar heftigeren Szenen, ein paar längere Szenen, wo der Spaß dann eben anders dosiert wird, sage ich mal. Aber das sieht richtig gut aus. Also wenn da was kaputt geht an Körperteilen, dann hält die Kamera gut drauf und dann fließt das Blut auch ordentlich. Also da setzt man auch nicht auf billiges CGI, sondern schön praktische Effekte. Und das ist ein Segen in diesem Genre. Ja, ja, das fand ich auch. Das ist von Anfang an direkt diese komischen, diese Stoner da, diese, was wir machen, die verticken die Drogen oder sind das einfach nur irgendwelche Obdachlosen? Nee, ich glaube, die verticken Drogen. Die kriegen das ja als erstes zu spüren und das ist direkt richtig, richtig saftig. Und einer von denen, der wird ja, der wünscht ja, wünscht sich ja am Leben gelassen zu werden. Und das wird ein bisschen anders interpretiert vom Psycho Goreman. Und er leidet dann auf ewig Höllenqualen, was auch richtig geil aussieht. Und da habe ich so ein bisschen so Stuart-Gordon-Vibe so von früher. Das war so ein bisschen teilweise, ist ja so ein bisschen schleimig und schmierig gewesen. Zusammen mit diesem matschigen, blutigen und die Augen rollen die ganze Zeit. Das sah einfach richtig geil aus und was ich auch richtig gut fand an der Szene, wie enttäuscht der ist, als der dann doch stirbt. Das war so, da hat man richtig gemerkt, wie so ein Kind, dem die Kugel Eis runterfällt. So, oh nein, jetzt hat er die ewige Pein zerstört. Und da wird einfach vieles an extremer Brutalität richtig, richtig gut mit Humor kombiniert oder dann hinten raus auch aufgelöst. Und das ist wirklich, ich finde, fast ein einzigartiger Film. Mir würde nichts anderes einfallen bis jetzt. Und das ist das Traurige, wenn man diesen Film gesehen hat, wenn man mehr von dieser Sorte hat. Es ist ein bisschen wie bei Piranha, aber bei Piranhas, da hat man zumindest die Alternative in Form von Krokodilen und Haien. So einfach Creature Feature mäßig. Aber Psycho Goreman gibt mir eine Alternative. Mir fällt da nichts zu ein. Und das ist wirklich, wirklich schade. Also da hätte ich mir gerne einen zweiten Teil von gewünscht. Aber da fehlt jede Spur davon. Würden wir, glaube ich, nie kriegen. Ja, ja, das stimmt. Das ist leider so. Also sowas hat man in der Form nicht gesehen. Ich weiß leider nicht, wie viel er gekostet hat. Das hätte ich mal raussuchen sollen. Achtung, Achtung, Achtung. Hier spricht die Kompetenzpolizei. Natürlich hat der Film ungefähr 1,5 kanadische Dollar gekostet, was ungefähr 1,1 Millionen US-Dollar macht. Aber wenn man auch guckt, vergleichbare Filme, das wird einem ja auch oft vorgeschlagen, dann bei Letterboxd zum Beispiel, da passt gar nichts. Also da wird Leprechaun, wie gesagt, vorgeschlagen, passt überhaupt nicht. Slither passt in dem Sinne auch nicht. Cocaine Bear und It, also S, das Remake jetzt. Also da passt gar nichts davon. Passt irgendwie zu diesem Film. Nee, nicht wirklich. Überhaupt nicht. Ich überlege gerade nochmal, was wollte ich noch sagen. Ja, Schauspieler sind ganz gut, ne? Ja, also die sind genau auf dem Level, wo du sagst, sie sind seriös genug, um den Film nicht lächerlich zu wirken. Aber gleichzeitig sind es jetzt eben auch, ja, wie kann ich das jetzt schön reden, ohne dass ich jetzt was Falsches sage. Sie haben das passende Niveau. Sie sind nicht überqualifiziert, sie sind nicht unterqualifiziert, sondern sie passen genau. Da rein, was eben den Film angeht. Also, ja, mir fehlen gerade ein bisschen die passenden Worte. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das seriöses Schauspiel ist da einfach fehl am Platz oder wäre fehl am Platz irgendwie. Genau, man braucht die goldene Mitte zwischen ernst und lächerlich und das bringt man ja an den Tag. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und was mir selber nicht aufgefallen ist, aber wenn PG sich anzieht, der geht ja natürlich, geht der shoppen mit den beiden Kindern, weil er muss shoppen gehen. Sein finales Outfit ist exakt das Outfit von Sam Neill aus Jurassic Park. Das fand ich auch nochmal geil, weil Jurassic Park, ich meine jetzt, wir haben ja jetzt hier so schönes handgemachtes Blätterfest und Jurassic Park ist einfach ein unfassbar guter Film, aber halt auch Practical Effects auf dem höchsten Niveau von damals. Ist dir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, oder? Nee, ganz und gar nicht. Da ist einfach das Auge nicht für gemacht in dem Film. Das ist halt so eine Trivia, die liest man und findet man dann cool, weil er dem Ganzen so huldigt. Aber man guckt doch eher auf andere Dinge in dem Film. Ja, da gibt es andere Sachen, die man sich da anschaut. Gab es für dich so eine Rockrepierer? Also ich habe jetzt ja vorhin gesagt, ich war ab und zu mal im Kino. Bad Boys 4 fand ich an sich gut, aber manche Gags waren wirklich so, ja, schon, das war so eine beschämende Stille dann. Ja, das war dann so Fremdschirmfaktor halt eben. Ja, ja, aber hier war das nicht so, ne? Nee, weil der Film eben genau drauf ausgelegt ist. Da hat es halt eben zueinander gepasst, wenn da der ein oder andere Spruch gekommen ist. Das hat dann zum Charakter und der Situation gepasst und wirkte nicht irgendwie so fehl am Platz, sondern es wirkte natürlich und dementsprechend reißt es einem dann auch nicht raus. Ja, ja. Also wie gesagt, man hört vielleicht raus, dass unsere beiden Filme uns sehr am Herzen liegen. Psycho Gorman mir ein bisschen mehr, ohne den anderen schlechter zu machen, aber der hat einfach nochmal eine andere Art, mich zu begeistern. Er ist ein bisschen kreativer. Er ist halt eben nicht so, ich meine Piranha, es sind Fische, da bist du ein bisschen eingeschränkt und Psycho Gorman dreht halt völlig frei. Ja, ja, definitiv, absolut. Also das ist wirklich eine fast uneingeschränkte Empfehlung. Es gibt Menschen, die können damit nichts anfangen, ja, aber Leute, die Funsplatter lieben, die eher schöne, handgemachte Sachen zu schätzen wissen, die sollten sich den bitte, bitte, bitte unbedingt angucken, weil einfach alles daran voller Liebe ist im Endeffekt. Also voller Herz für den Film an sich, von der ganzen Crew, also egal was. Und wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, der Film ist auch immer mal wieder bei Prime zu sehen. Also setzt ihn euch zur Not auf eure Watchlist, wartet, bis er bei Prime verfügbar ist und dann schaut ihn da an. Der ist eure Zeit locker wert, der macht eine Menge Spaß. Ja. Und dafür schauen wir ja Filme, ganz besonders diese Art Filme. Einfach nur Spaß. Richtig. Und man kann ihn momentan im Channel Home of Horror gucken, bei Prime Video. Und wer den eh abonniert hat, okay, aber man kann ja immer so schön so drei oder sieben Tage Probeabo machen. Und nein, wir kriegen kein Geld, das ist keine Werbung. Da kann man das zum Beispiel machen. So ein schönes Probeabo, sich den Film gönnen und genießen. Oder ihr kauft euch gleich, so wie wir beide, das Mediabook von dem Film. Auch da kriegen wir kein Geld für, das ist keine Werbung, sondern einfach nur eine Empfehlung für unsere lieben Zuhörer. Da gibt es mehrere Cover, cooles Mediabook mit coolem Inhalt und der Film selber, Blu-Ray, ist es auch locker wert. Also gönnt ihn euch. Gönnt euch den Spaß, gönnt eure Sammlung diesen Mehrwert. Von mir gibt es einfach nur eine dicke, klare Empfehlung. Ja, und damit haben wir ja eigentlich alles gesagt. Man könnte noch viel mehr sagen, aber diejenigen, die das hören und die jetzt angefixt sind, man muss ja auch nicht alles vorwegnehmen. Das ist ja hier kein Story-Breakdown von A bis Z, sondern einfach nur eine Liebeserklärung, so wie der Film eine Liebeserklärung ist. Und bitte guckt ihn euch an. Und ich weiß gar nicht, siehste, Memo an mich selbst, Sven fragen das nächste Mal, ob er die beiden kennt. Dann hätten wir wenigstens nochmal geguckt, was der davon hält. Das holen wir nach, denn das nächste Mal wird auch nochmal ohne Sven sein. Wer ihn dafür verachten möchte, tut das gerne. Und das könnt ihr am besten auf unserem Discord machen. Der Tele-Stammtisch hat einen Discord-Server jetzt, einen Community-Server, wo schon ganz schnell ganz, ganz viele Leute drauf gejoint sind, was mich und uns sehr, sehr freut. Und es ist richtig cool, dass wir das jetzt haben. Und ansonsten folgt uns bitte überall, wo es Likes gibt. Und auch dort gibt es uns zu hören auf den typischen Plattformen wie Apple Podcast. Und Spotify und Co. Lasst uns so viele Sterne wie möglich da und genießt alles, was wir so rausbringen. Und das nächste und letzte Wort hat Werner. Vielen Dank und bis bald. Dankeschön fürs Einschalten von meiner Seite. Esst euren Fisch, genießt euren Fisch, hebt ein bisschen ab mit dem Psycho Gorman. Habt viel Spaß mit Filmen. Schaltet wieder ein, wenn wir online sind und schaut beim Tele-Stammtisch vorbei. Da gibt es ein paar richtig geniale Filme, gerade in nächster Zeit, dieses Mal haben wir kein Sommerloch, sondern eine Menge Spaß im Kino, hier beim Tele-Stammtisch. Und somit bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Aplausos 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 Untertitelung des ZDF, 2020